Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Vielleicht glaubt ihr, sie zu kennen, aber ihr kennt sie nicht. Da vorn! Was ist das? Papa! Es spricht! Er ist nur eine Puppe. Bin ich nicht. Ich bin ein lebendiger Junge. Manchmal da haben die Menschen Angst vor Dingen, die ihnen fremd sind. Das verstehe ich nicht. Wir haben ihn gefunden. Unser Star. Lieben werden sie dich alle und deinen Namen rufen. Pinocchio. Pinocchio! Dann habe ich hier etwas für dich. Das ist deine Schulfibel. Sie gehörte einem ganz besonderen Jungen. Den du verloren hast? Der Holzjunge mit der geborgten Seele. Du magst das ewige Leben haben. Deine Lieben. Du magst das ewige Leben haben. Deine Lieben. Die haben das nicht. Man weiß nie, wie viel Zeit man mit ihnen hat, bis sie verschwinden. Der Junge liebt dich. So, wie du bist. Ihn zu lehren, gut zu sein. Aufhören! Sie sollen ihm nicht mehr wehtun. Du hast vielleicht deine Fäden, aber ich führe dich. Bisse, bring ihn doch zurück zu mir. Papa! Pinocchio! Das Leben ist so ein wunderbares Geschenk. Ha ha ha! Diesen哦! Bis zum nächsten Mal! Die Fäden, die die Gäste電話. Wir sind alle überfuhren, die 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 Gäste. Ich glaub muss sich, ich entkeARren. Ich ausfuhren sich in einer Gäste, die die Gäste ber� Ukraine. Hier rufen.